Das tut weh. Wo ist denn der dritte eigentlich hin? Da ist er nicht. Oder? Nö. Ich suche ihn mal schnell. Kann nicht weit sein. Ach da ist er. Tja, da habe ich ihn schon. Jetzt wisst ihr warum das Spiel aber 18 ist. Okay. Da waren die Aliens von unterwegs. Hey. Ach, geht doch. So und jetzt muss ich da lang. Mach er nicht da hinspringen. Einmal schnell unsichtbar. Hui. Und hoch. Boah. Ich glaube der würde die olympischen Spiele im Wald springen. Die so richtig schon gewinnen. Braucht keinen Stab. So, das hier. Da lädt er sich jetzt glaube ich auf. Oder? Unten links. Ist ja schon voll. So und jetzt. Oh, es geht auf. Ah, sein armer Kollege. Mhm. Ja. Das hätte ich auch getippt. Was kommt jetzt? Ah, Alien. Ah, die sind ja auch sehr schwer. Ach, die sind ja auch sehr schwer. Pff. Twist erstmal ne Runde. Ich helf dir mal. Alter, deine Mutter. Scrap ihn. Ja, jetzt kommt jetzt mal der andere von der Seite hingesprungen. Können die es nicht unterbinden? Du machst keinen großen Angriff auf mich. Nein. Aus. Hups. Ich muss ja wieder hoch springen. Das gibt es ja nicht. Oh. Mungo. Alter, wie viele sind denn das? Kein Bock mehr. Nicht runter fallen. Ja, toll, deine Mutter Schon leer? Meine Fresse Oh, das kann jetzt was werden Komm, verreckt Und zwar schneller, da hinten sind noch andere Kollegen unterwegs So, das ist mal Heilung angesagt So Alter Nicht genau so weit wie vorhin, oder was? Du stinkst, du hässlich Stück Scheiße, Alter So, Heilung Wo ist er hin? Also Grabben, und tschüss Ich muss mal kurz was nachgucken War da noch irgendwo ein Versteck So, Dettel Sind die Menschen dann dabei Schlingel Oh, das stimmt Oh, das stimmt So, das stimmt Oh, das stimmt Das stimmt Oh, da ist Sie sehen mich. Nö, die wollen aber nicht. So. Was haben wir denn hier noch alles übrig? Habe ich noch eine? Noch zwei? Zwei. Na, sorry. Einer. Also 3D ist ja das einfachste überhaupt. So, Jess. Das war ja mehr als nur einfach. Das erstmal wieder saugen. Ach, da ist ein Turm. Ist irgendwas am Dach eigentlich? Könnte irgendwas versteckt sein? Nein, kein Easter Egg. Dann sauge ich jetzt mal hier. So, und jetzt sollten die Türen wahrscheinlich aufgehen. Aber das muss ich machen. Ach, das ist da. Alter. Das Geschütze hat mich gesehen. Erstmal alles saugen hier. Auch wenn wir schon volle Energie haben. Vielleicht sind hier jetzt dann die Geschütze aus. Nein, verdammt. Ja klar, der sieht mich. Ich muss mich verarschen. Was? Hacker? Ich warte. Ich warte. So. Zeig dir eine Visage. Zack. Nächster. Zack. Ich habe da noch was von links gehört, oder? Da habe ich mich da gerade getäuscht. Soll es da hinspringen? Ah, okay, was ist das? Ja, das war mal ein Marine. Da liegt er. Hä? Wo soll er denn? Uh. Erstmal langsam gehen. Rethinal scanners. To use the retinal scanner, you must acquire the security officer's head. Using a finishing move, approach the security officer and press E. When you see the prompt, killing him in any other way will result mission failure. Okay. Okay. Was soll der anderen Spacko da los werden? Okay. Jetzt kann ich die nicht distracten. Ich kann keinen von denen distracten. Komm halt runter. Alter, jetzt ist er hier weg. Von draußen ist keiner oder? Ganz langsam. Komm, geh mal kurz runter. Ach. So, jetzt machen wir hier Sneak und Peek. Keine Ahnung. Los, jetzt gehen wir da. Da lang. Boah, du. Dahin. Verpiss dich. Ich wollte ihn sowieso eigentlich abschießen. Aber erst wenn er da unten ist. So. Eine Pille mehr. Da sind die Geschütze. Zack. Da wieder unsichtbar machen. Da kommen gleich wieder bestimmt die fröhliche Leibbrigade. Hä? Warum muss ich noch was machen? Da, 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 da. Da, 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 da. Ich hab doch was vergessen. Ich bin so doof. Na komm. Nach da hin. Jetzt kommen Aliens. Xenemörf. Na, was sonst denn? Na. 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 Na.